Teil 14 von Komische Lyrik Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Nach Norden von Christian Morgenstern Palmström ist nervös geworden, darum schläft er jetzt nach Norden. Denn nach Osten, Westen, Süden schlafen heißt das Herz ermühen, wenn man nämlich in Europen lebt, nicht südlich in den Tropen. Solches steht bei zwei Gelehrten, die auch Dickens schon bekehrten und erklärt sich aus dem steten Magnetismus der Planeten. Palmström also heilt sich örtlich, nimmt sein Bett und stellt es nördlich. Und im Traum, in einigen Fällen, hört er den Polarfuchs bellen. Ende von Nach Norden Aufgenommen von Bettine Aufgenommen von Bettine Aufgenommen von Bettine Aufgenommen von Bettine